Ja, ich begrüße euch zum heutigen FX Weekly Forecast Update am 22. März, Dienstag dem 22. März um 12 Uhr. Wir machen ein ganz kurzes Update vom FX Weekly Forecast am Samstag. Gestern ist nicht besonders viel passiert, deswegen wird das heute auch sehr, sehr knapp und bündig sein und sind mal Update-Informationen zum Forecast am Samstag. Wir gehen den British Pound US-Dollar durch, den New Zealand Dollar US-Dollar, den Aussie US-Dollar, Euro British Pound, Euro US-Dollar und last but not least den Euro gegen Aussie Dollar. Beginnen wir direkt mit dem British Pound gegen den US-Dollar. Hier schauen wir uns ganz kurz den Daily Child an. Ich sagte es bereits, wir könnten hier, nachdem wir das Level hier um die 1,5910 gebrochen haben, durchaus hier diese Nackenlinie bei 1,58 und dann 25 Roundabout anlaufen. Das könnte ein sehr großes Double Top werden und wenn das nach unten bricht, dann denke ich mir, dürfte auch hier dieser Support um die 1,57,70 kein großes Hindernis mehr sein. Ja und hier auf dem Level halten wir gerade. Schauen wir uns da drängen mal einer kleineren Timeframe an im Stundenchart. Hier sehen wir, dass wir gerade hier auf dieser blauen Linie exakt halten, zweimal runtergetickt. Wir haben hier quasi ein Double Bottom gemacht und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir hier nochmal ein ganz kleines Reversal hinlegen. Das können wir uns auch im Daily Chart kurz nochmal anschauen. Hier, dass wir hier mit dem Double Top nochmal ein kleines Reversal kriegen. Vielleicht nochmal hoch in Richtung 1,59,75 vielleicht sogar in Richtung 1,60. Um dann das Double Top zu brechen, man sollte natürlich im Auge behalten, dass sowas hier im Moment brechen könnte. Auch wenn wir im Stundenchart jetzt hier, wie gerade gesehen, hier erstmal halten. Da bleibt es abzuwarten, was der Markt jetzt macht. Wie gesagt, wir könnten hier ein kurzes Reversal sehen. Ansonsten ist der Markt, auch wie man im Stundenchart sieht nach wie vor, noch in einem intakten Downtrend. Und wir haben aber jetzt hier halt schon mal auf der Nackenlinie von dem Double Top auch ein Double Bottom gesehen. Das könnte ein kurzfristiges Reversal einläuten. Aber diese Nacken, die dementsprechend hier zum Auge verlieren. Ja, und das ist soweit auch schon alles vom British Pound US-Dollar, dass man genau das im Auge hat. Den nachhaltigen Downtrend, als auch den Double Bottom im Stundenchart. Und wie gesagt, das Double Top, was im Dom schon auf einer größeren Time-Film triggern könnte. Switchen wir direkt in den New Zealand-Dollar gegen den US-Dollar. Der ist weiterhin sehr, sehr stark. Wir sehen das hier. Der pendelt die ganze Zeit hier zwischen zwei wichtigen Level. So, hier sehen wir das besser. Wir pendeln hier die ganze Zeit zwischen der 0,8470 und hier dem Support von 0,8352. Momentan haben wir unten am Support ein paar Spikes da durchgesehen, aber haben hier trotzdem gehalten. Wir haben jetzt wieder einen ziemlich heftigen Up-Move gesehen, inklusive der Asia-Session und der Morning-Session heute in Europa, haben wir einen ganz guten Up-Move gesehen. Auch das schauen wir uns ganz kurz im Stundenchart an. Im Stundenchart haben wir ein symmetrisches 3 verifiziert. Hier, das hat ein Fake-Break jetzt auf der Short-Seite gemacht. Hat wie gesagt auf den jeweiligen Support, den ich hier eingezeichnet hatte. Wir haben in 0,8352 als auch der kurzfristige ein kleinerer Support hier auf der 0,8334. Hier die Lows. Ich habe gesagt, die müssen halten. Wenn die fallen, dann sehen wir einen weiteren Down-Move. Die haben gehalten, jetzt haben wir einen weiteren Up-Move. Jetzt sind wir da durch das Dreieck durch und haben jetzt quasi einen Breakout auf der Long-Seite. Und für mich sieht das momentan so aus, als wenn wir wirklich hier oben die 0,8470 anlaufen. Und in dem Rahmen natürlich auch die heißen Zehnten hier nochmal rausnehmen. Wie gesagt, nach wie vor ein bulliges Szenario. Und ja, wenn wir hier die 0,8470 rausnehmen, haben wir richtig Platz nach oben. Mehr gibt es momentan auch nicht zum New Zealand-Dollar gegen den US-Dollar zu sagen. Wie gesagt, gestern war ziemlich flau tote Hose. Heute in der Asia-Session als auch in der Morning-Session von Europa haben wir einige so Moves gesehen. Die uns auch ein leichtes Update ermöglichen jetzt. Hier schauen wir uns den Aussie-US-Dollar an. Auch hier im Daily-Chart. Wir sehen, der Aussie-US-Dollar ist ganz kurz zurück auf seine Trendlinie gelaufen. Und hier, wenn der hier hält, dann könnten wir einen weiteren Up-Move sehen. Als auch hier unter Umständen die Heiß rausnehmen. Vom 10. Januar, vom 14. Dezember und vom 12. Dezember. Das ist ein relativ wichtiger Heiß, wie wir gleich im Stundenchart noch sehen. Wir haben nichtsdestotrotz hier wieder gehalten auf der Aufwärtstrendlinie vom Aufwärtstrendkanal hier. Und wie gesagt, jetzt könnten wir unter Umständen hier die 1.06.15 Angriff nehmen. Aber wenn wir die rausnehmen, haben wir wirklich Platz hier oben in Richtung 1.08.20.22. Das würde dann auch optimal in den Rahmen dieses Aufwärtstrendkanal passen im Daily-Chart. Schauen wir uns das Ganze ganz kurz im Stundenchart an. Hier erstmal schnell der Blick in den 4-Stunden-Chart. Wir sehen, wir haben hier einen kurzen Down-Move gesehen. Wir hatten hier den Impuls-Move eingezeichnet. Fibonacci-Retracement. Wir sind dann hier ein bisschen runtergelaufen. Haben ziemlich genau bis zum 50er-Retracement korrigiert. Welches auch zeitgleich hier auf der aufsteigenden Trendlinie lag. Und haben jetzt hier einen weiteren Up-Move gesehen. Und jetzt kommen wir in relativ wichtige Level. Die sehen wir uns jetzt im Stundenchart an. Hier im Stundenchart sehen wir jetzt, wie gesagt, an dieser aufsteigenden Trendlinie gehalten. Weit noch vor den Support-Leveln hier bei 1.06.68. Oder hier im Support-Level bei 1.06.61 gehalten. Und hier sind relativ wichtige Highs. Dafür zoome ich jetzt nochmal rein. Da sind wir jetzt momentan auch in der letzten Stundenkendel schon wieder gescheitert. Und hier vom 12. Dezember, 14. Dezember. Hier sind wir im Rahmen des starken Up-Moves am 10. Januar kurz drüber gedippt. Aber nur ganz kurz und haben direkt einen Abverkauf gesehen. Runter hier in Richtung Support bei 1.05.24. Das war die Nackenlinie von dieser Inversen SKS. Und wieder 1.23 Mal punktgenau und das Level hier von der 1.05.77. Down-Move auf die Trendlinie. Plus 50er Tracement. Jetzt werden wir den Up-Move hier an das Level. Und auch hier sind wir jetzt wieder punktgenau gescheitert, wie wir sehen. Erneut. Aber das Level ist nicht uninteressant, nicht unwichtig, auch wenn es nur eine leichte Resistance ist. Ich könnte mir jetzt eine leichte Korrektur vorstellen, dass wir dann aus der Korrektur raus das Level rausnehmen. Um dann auch direkt hier oben die 1.06.15 anzugreifen. Wie gesagt, das bleibt erstmal offen. Auch hier sind wir weiterhin im Aussie-US-Tonat in einem bulligen Szenario. Das dann dementsprechend nicht außer Acht lassen. Kommen wir direkt zum Euro-British-Pound. Da hat sich gar nichts getan, außer dass er weiter parabolisch bleibt. Wir schauen uns das hier im Daily-Chart an. Hier haben wir den Owing-British-Pound. Wir sehen hier einen ziemlich parabolischen, starken Up-Move. Als wichtige Resistance-Zone habe ich hier eingezeichnet. Dieser Heiß hier, die hier zwischen 0,84 glatt bis 0,84 20 lang. Also in 20 Pip-Tel-Resistance-Zone hier liegen. Da habe ich gesagt, da könnten wir vielleicht kurzfristig dann scheitern. Momentan, wenn wir reinzoomen, haben wir hier kurz drüber gedippt und halten hier momentan noch im Daily-Chart. Das bleibt jetzt mal abzuwarten, ob wir hier einen daran halten und dann hier erstmal eine kleine Korrektur hinlegen. Für mich, um da in Long reinzuspringen, ist das eindeutig zu spät. Ich würde da gerne eine Korrektur abwarten, weil er wirklich sehr parabolisch hochgelaufen ist. Das sieht man auch hier in der anderen Time-Frame im 4-Stunden-Chart. Nur, dass wir wirklich massiv gerade hochgelaufen sind, eine kleine Korrektur, aber wirklich eine minimale und dann weiter hochgelaufen sind. Wie gesagt, nichtsdestotrotz, hier ist ein ganz, ganz wichtiges Level, die 0,85 0,4 0,7 um genau zu sein. Wenn wir das Level hier rausnehmen, dann ist richtig Platz nach oben. Das kann natürlich sein, dass der das Level auch noch weiter parabolisch anläuft. Ist durchaus möglich, aber wie gesagt, nicht auslassen, dass man es hier im Daily-Chart. Momentan an einer kleinen Resistance-Zone zwischen der 0,84 und 0,84 20 befinden. Wenn wir darüber durchgehen, denke ich mir, werden wir auch weiter parabolisch hier oben die 0,85 0,7 bis 0,4 anlaufen. Spätestens dann erwarte ich aber eine Korrektur. Wenn nicht sogar jetzt hier, dann müssen wir hier den Daily-Close abwarten. Schauen wir uns das Ganze im Stunden-Chart an. Es gibt kein anderes Bild, wir sehen das hier. Ich habe hier gestern mal kurz einen Short versucht. Das ging schief, der hat hier weitergemacht auf der Long-Seite. Hat heute mit dem EURUS-Tollar einen ganz krassen Daumen-Move mitgemacht, wie wir sehen. Aber hat diesen Daumen-Move direkt wieder aufgekauft. Also momentan sieht noch nichts nach Korrektur aus. Auch wenn wir im Daily-Chart gerade noch einen wichtigen Level halten. Hier muss man erstmal vorsichtig sein für mich, für einen weiteren Long erstmal nicht. Interessant vielleicht, aus der Korrektur später, da nochmal einen weiteren Long zu planen. Oben Richtung 0,85 0,7. Ja, soviel zum Euro gegen den British Pound. Kommen wir direkt zum nächsten Mert, dem Euro-US-Dollar. Auch der ist sehr, sehr interessant und spannend. So, jetzt hat er geladen. Wir sehen, wir befinden uns jetzt hier zwischen zwei wichtigen Levels. Ich mache das mal groß hier. Erstmal hier nochmal reinzoomen. Wir sehen, wir haben hier ein relativ wichtiges High. Auf der... Ich habe die Linie jetzt schräg gezeichnet, das ist nicht so gut. Auf der 1,3389 ungefähr. Da haben wir ein relativ wichtiges High. Und hier, das ist ein Key-Level. Wenn wir das rausnehmen, dann könnte das richtig knallen auf der Long-Seite. Das ist hier die 1,3482. Ja, bis dahin ist aber erstmal Platz. Zoomen wir wieder rein in das Level, damit wir sehen, wo wir uns gerade befinden. Denn wir befinden uns hier gerade zwischen einem relativ guten Support, was mal eine ziemlich starke Resistance war. Hier die 1,32, 76, 77 roundabout. Und hier oben zwischen der 1,3389 kämpfen wir gerade hin und her. Das müssen wir uns ganz kurz auf einer kleineren Time-Frame anschauen. Denn, wie gesagt, fällt dieses High hier auf eine 1,3389, haben wir durchaus Platz in Richtung 1,84 und 82. Und wenn das fällt, Happy Birthday, dann haben wir einen richtig starken Long-Move. Ja, wir sehen es auch bereits hier kurz im 4-Stunden-Chart. Ich hatte es bereits am Samstag angedeutet, das könnte hier zwischen den beiden Level ein Double-Top werden. Und ja, wir hatten hier auch ganz kurz den Down-Move, eine Kindle, die aber jetzt wieder hochgekauft wird. Und wir haben hier wieder genau auf dem Support gehalten. Bei der 1,32, 76, 77, mal ganz kurz durchgespiked, aber dann direkt einen Up-Move gesehen. Das sehen wir jetzt aber besser im Stunden-Chart hier sehen wir das. Und jetzt, wenn wir uns das genau anschauen, wie ich hatte bereits einen Double-Top gesagt, das könnte ein Double-Top geben, wenn wir hier diese Lows brechen. Also auch hier bei der 1,32, 64, da befindet sich jetzt 38 Retracement. Das hat schon mal für einen sehr, sehr starken Trend gesprochen. Allerdings haben wir seitdem keine neuen Hochs machen können, sondern konstant tiefere Hochs. Hier das Hoch vom 14. Januar. Hier das Hoch vom 18. Januar. Und mal gucken, was er heute jetzt noch so macht. Das sieht jetzt hier so ein bisschen nach einem V-Bottem aus. Und das könnte hier einen weiteren Up-Move auf die Highs einläuten. 1,33, 89. Und dass die dann nachhaltig fallen, wie hier oben in Richtung 1,34, 82 laufen. Allerdings könnte das auch ein Triple-Top werden, dass wir hier dann später wieder einen weiteren Down-Move sehen. Die nächsten 1, 2 Tage in Richtung 1,32, 76, 77. Und dann vielleicht auch hier das 38 Retracement rausnehmen. Dass wir dann eine etwas stärkere Korrektur sehen. Das müssen wir erstmal abwarten. Wir haben hier zwei mögliche Szenarien. Momentan befinden wir uns meines Erachtens nach in der No-Trade-Area. Und ja, wer mutig war, hat hier unten am Support gekauft. Wir sehen das jetzt hier um 15 Minuten, das ist ein V-Bottem par excellence. Wir sind hier sehr, sehr stark abgefallen. Hier unten kurz durch den Support durchgespiked. Und haben hier ein direktes Reversal, ein kraftvolles Reversal hingelegt. Und das ist wirklich ein V-Bottem par excellence. Und das auf einem Support-Level. Ob das noch ein Triple-Top werden wird, weiß ich nicht. Kann es noch. Aber mit so einem V-Bottem bin ich da erstmal vorsichtig. Dementsprechend interessant auch ein Breakout hier oben über die 1,3389. Oder beim weiteren Down-Move bei dem nachhaltigen Breakout unter die 1,327677. Gehen wir direkt in den Euro gegen den Aussie-Dollar. Last but not least haben wir jetzt auch den Euro gegen den Aussie-Dollar. Der hängt jetzt hier ein bisschen wie wir im Daily-Chart sehen. Das ist ein wunderschöner Wert zum Swing-Train. Fürs Intraday-Trading ist der relativ schwer. Wir sind hier nach wie vor einen takten Aufwärtsbewegung. Wir haben jetzt einen leichten Down-Move gesehen, der jetzt auch wieder ziemlich stark hochgekauft worden ist. Wie in anderen Europäern auch. Wir haben das ja mittlerweile mitgekriegt. Deswegen im Daily-Chart sind wir nach wie vor. Noch ohne weiteres im Long-Modus haben wir hier mal ganz kurz durch die Trendlinie durchgespiked, aber auch gehalten. Und hier vor allen Dingen wird man ein wichtiges Level ausgebrochen. Die 1,25,44. Und jetzt ist es wichtig, dass wir hier oben die 1 rausnehmen. Bei der 1,28 und 12 ist das. 1,28,12. Schauen wir uns das mal in einer kleineren Time-Frame an. Schauen wir uns das hier direkt im Stunden-Chart an. Und dann machen wir erst den 4-Stunden-Chart. Und wir sehen, wir haben hier quasi den V-Button gemacht. Auf sowohl der Deckel- und Down-Trend-Linie kurz wieder runter in den Down-Trend gefallen. Und so als auch kurz unter die Aufwärts-Trend-Linie gefallen. Dann haben wir hier auch einen V-Button gemacht. Und seitdem einen ziemlich intakten Aufwärts-Move. Hier mit einem kleinen Retracement. Das war mit 38er. Das sehen wir gleich im Stunden-Chart. Und dann haben wir einen weiteren Up-Move gesehen mit neuen Highs. Ja, und jetzt einen kleinen Down-Move. Wieder fast hier auf die Lows. Vom 16. Januar werden die gefallen. Wäre wahrscheinlich der Support hier um die 1,25,44 gefallen. Und dann hätten wir eventuell einen weiteren Down-Move sehen können. Nichtsdestotrotz befinden wir uns gerade im ganz guten Aufwärtstrend. Und wir könnten jetzt hier auch mit dieser 4-Stunden-Candle vielleicht einen Hämmer kriegen. Wir haben hier einen leichten Down-Move, einen leichten Down-Trend gehabt. Und dann hier einen Hämmer zu kriegen, wäre ganz gut für einen weiteren Up-Move. Hier schnell der Blick in den Stunden-Chart, dass wir auch den vor Augen haben. Und wir sehen hier seit der Impulsbewegung haben wir korrigiert hier runter in Richtung 38er. Das spricht schon mal für einen sehr, sehr starken Markt. Wenn wir nur bis zum 38er für einen starken Trend, wenn wir nur bis zum 38er korrigieren. Einen weiteren Up-Move und haben neue Hochs gemacht. Und jetzt sind wir erneut korrigiert. Und wir sind zum Glück nicht hier runtergelaufen bis zu den Lows vom 16. Januar. Und haben hier mit dem Down-Move direkt wieder reverselt. Also wie gesagt, sieht momentan auch gut aus. Noch in einem bulligen Up-Move. Und hier noch mal zum Schluss schnell den Blick in den 15 Minuten-Chart. Weil auch hier sehen wir diesen V-Button, diesen ganz starken Up-Verkauf. Und den direkten, das direkte Reversal. Und da können wir von einem richtig schönen V-Button sprechen. Und ja. Hier ist aber auch erstmal Zurückhaltung gefragt. Ich bin mal gespannt, wie das hier weitergeht. Und nichtsdestotrotz ist er hier noch weiter im Bullen-Mode. Das war es auch erstmal für heute am Dienstag FX Weekly Forecast Update. Da gestern der tote Hose war, gab es nicht viel abzudaten. Wir halten das Update auch möglichst kompakt. Umfangreicher wird es immer am Video Samstags. Und ich hoffe, es hat euch jetzt geholfen. Und ich wünsche euch noch einen erfolgreichen Handelstag. Respektive erfolgreiche Handelstage. Und wir hören uns wieder am Donnerstag um 18 Uhr zum nächsten FX Weekly Forecast Update. Bis dann. Ciao, ciao.